Cyberpunk Jo, heute zurück zu Cyberpunk. Lass uns mal hier noch mal weiter aufreihen. Denke ich mal zumindest. So, jetzt müssen wir hier gehen. So und zwar, ja, ich muss auf jeden Fall hier raus. Ich hatte doch, genau, da hinten, das habe ich markiert. Oh, let's go lane in der Fördung. Oh, Santo Domingo, ganz heißes Pflaster. So, wo wir hier rein, aber was ist denn da hinten? Wollen wir mal gucken. Oh Gott, ein böser Mensch. Oh, alles schon kaputt oder was? Oh, what happened? Hm, das ist schon vorbei. War ich hier schon mal und hab ein bisschen rumgeballert? Okay. Okay, na gut. Gib dich in die Garage. Nö, das ist wahrscheinlich irgendein Ding, was ich irgendwie vorher ausgewählt hatte. Warte mal. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier auf der Karte. Lass uns mal gucken. Oh, die haben wir hier noch ein bisschen waschen, ne? Jupp, da fangen wir hin und der gleich daneben auch noch. Das können wir erstmal machen. Ja komm. Digga, mach hier mal Platz. Ja, guck doch, Mann. Affe. Ich hab Einsatz. Hm, also hier. Okay. Alle friendly, oder? Alle gut drauf. Ja, relax. Einfach durch den Hintereingang. Ja, oder auch nicht. So, wo wollt ich denn eigentlich mal gucken? Ich wollte eigentlich auch hier gucken, ob das irgendwo hier ist, ne? Aber ist das wahrscheinlich doch Front Door. Der Front Door, Junge. Hallo. Oh Mann. Sieht nicht gut aus. Verschlossen. Geht um das Ding hier. That's it, oder was? Ne, kann nicht sein. Wie gibt ihr ihnen das Versteck? Ne, das brauchen wir doch nicht. Und die ist hässlich. Wer hat die denn ausgewählt? Warte mal. Äh, nö. Das ist ja nun mal voll der Shit, warte. Inventar. Das wollen wir nicht. Wir wollen die schöne. Die hier. Genau. Alles gut. Okay. Gut. Ins Versteck. Ne, das ist ja jetzt nicht das, was wir wollen. Mal Karte eben angucken. Wo ist denn das nächste Ding? Das ist hier um die Ecke. Oh, doch ins Versteck. Ah ja. Ja, okay. Gehört dazu. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich hatte aber jetzt auch nicht die Message gelesen. Muss ganz ehrlich zugeben. Ja. Ich habe was für. Ganz ehrlich zugeben. Oh. Oh. Ist das vom Police Department oder was? Okay, ich muss raus. Okay, gucken wir mal. Selbe Musik. Hellas. Ich glaube nicht. Oh, du kannst aber was ab. Tötet! 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 Tötet, ich muss. Geh mal kaputt jetzt. Wow. Das haben wir schon lange nicht mehr. Das ist auch gar nicht meine Lieblingswaffe. Ich glaube, das ist das falsche Ding. Habe ich die einfach abgelegt vielleicht. Bei dem anderen Ding. Das wäre echt übel. Die ist nicht so nice. Wo ist sie denn? Da ist es mein Lieblingswaffe. Plupp. Gut, man muss auch mit der treffen. Okay. Wow, okay. Hoffen ist mein Auto noch heilt. Jupp. Die die ist. Die anderen warten hier, dass hier alles schön vorbei ist. Okay. So, dann lassen wir mal eben kurz auf die Map gucken. Das Ding ist weg. Okay, das Ding wollten wir noch machen, ne? Ja. Nachladen auch wichtig. Aber einsteigen auch. Kann jetzt nicht soweit sein. Genau. Hier rum, ne? Komm, komm, komm. Und wieder hier, ne? Genau. Das ist hier ein heißes Flesser. Oh, Vorsicht. Okay, die sind da hinten irgendwo drin. Oh man, ich hab dich kurz berührt. Relax. Okay, lass mal da reingucken. Ist irgendwie aus, als wäre es schon irgendwie zu Ende. Ne? Hallo? What's up? Macht alles keinen Sinn. Ja, das glaube ich. Tja. Auch abgeschlossen, aha. Aber ist auch wieder so ein Versteckding, ne? Ist das jetzt hier draußen irgendwo, oder? Nö, gleich um die Ecke. Okay. Okay. Ja, guck. Dann machen wir das mal. Das ist wieder auf der anderen Straßenseite, oder? Das ist wieder auf der anderen Straßenseite, oder? Alles klar. Das ist immer die gleiche Location hier. Hier ist was los. Okay. Diesmal aber hintereingang. Das ist eine Chance. Ne? Ah mal nicht. Das ist immer nur ein Verstattd. Das ist alles klar. Das ist immer noch ganz. Das ist immer noch ein Verstattd. Das ist immer noch ein Verstattd. Oh, fsz. Vorlaufend Dach. Ich möchte aber eigentlich... Kommst du da rauf? Katatsching! Okay. Ups, was ist passiert? Ich würde sagen, ich habe gar nichts gemacht. Kommen wir noch rein? Nö. Hm, okay. Okay. Das geht mir schon wieder nicht so gut. So, was gibt es jetzt hier noch auf der Karte, was uns noch irgendwie interessieren könnte? Ah, hier. Das kleine Ding. Ah, hier hinten ist auch noch was. Okay. Gehört das hier noch mit zum Stadtteil, ja, ne? Ja, und zwar vom feinsten. Hier ist auch noch was. Okay. Äh, der Rest sieht ganz gut aus, ne? Ey, da auch noch. Gehört was dazu? Äh, jo. Also, ein paar kleine Sachen gibt es hier schon noch. Da die ganzen Coilen und in hier. Also, ich meine, dann gucken wir uns das hier vielleicht erst mal an. Ja, das ist aber immer noch die Mainquest hier markiert. Ja, ist ein bisschen blöd manchmal, ne? Ja, so geht's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, die Ecke kennen wir doch. Ich steig mal aus. Obwohl, ne, 120 Meter. Ja, komm, das geht. Ey, immer wenn man aussteigt, ist man langsam. Kann nicht rennen. Okay, wir müssen da, aha, okay. Wir müssen da rein, ok, kleine Garage, jelas, Wata, ich dachte, ist wir ein bisschen entspannter. Und dann treffen, Junge. Ok, muss wieder zurück, lass uns kurz mal gucken, was hier noch in der Ecke ist, hier war doch noch eins, ne, das Ding da, ne, 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 da können wir doch garantiert direkt hinlaufen. Ach du Scheiße, ist da oben, hm, also wie ist der Car, so, wollen wir das Ding hingestellt hier hinten doch, ne, ja, Junge, das ist ganz schön weit weg, da müssen wir, wahrscheinlich hier, ja, diese ganzen, wie sagt man, äh, Serpentinen hochfahren. Ja, hier wieder Kopfhörer auf, ne, oh, jetzt ist er hingefallen, so, ich muss jetzt mal los. Ah, jetzt wird er sauer. Ich werde mal einlösen, auf gar keinen Fall, ich werde mal losfahren. Oh, mach Platz. Ah, das ist weit, ne, muss ja auch mal rum und hinten das Gebirge rauchen und so. wie gesagt, Serpentinen. Ja. Baut man auch die ab? Keine Ahnung. Oh, doch nix soweit. Okay, cool. Da haben wir so viele Serpentinen, das ist da oben schon. Cool, hier irgendwie rauf, oder? Nö, 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 nö. Wo, 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 voll und wacke. Bei Splatten oder was? So, der Rose ist da oben oder? Nö, fangen wir ein bisschen weiter. Da vorne an dem Container, da wir fahren jetzt abends mit dem Container, ein echtes Gebäude. So, wir haben den Container 1. Hallo? Alles stealthy. Oh, komm auch hier. ok Okay, that's it Das Ding ist es, okay So, wir können irgendwie wieder nicht schnell laufen, das ist manchmal echt ätzend Okay, cool, so dass wir hier so ein bisschen weit weg Aber jetzt haben wir nur noch hier diese kleinen Dinger Oh, der darf wieder runter Bei LOOT Ähm, okay Ich dachte, das geht auch da hin Aber das Ding markiert, weil das sieht so aus, dass Dörfer ein bisschen ganz hinterfahren ist Oh, das ist wirklich cool Oh, das ist wirklich cool Oh, das ist wirklich cool Was war klar wie Coosbrew Coosbrew ist die einfach klar, das ist die große Fringe Ich meine, das ist eine klare Suppe mit kleinen Fleischklöpseln So, hier runter So, nochmal Space Die Schwabisch wird jünger Hahaha Wie langsam Ja klar So, 200 Meter da hinten Mit irgendeiner Winkel Wie kommen wir da rein? Da drüben, ne? Oder einfach hier Über uns Boah, ich hasse das Wenn du aussteigst, ist das Ding hier irgendwie Boogie Ja, wir sind da Oh Er hat uns natürlich gleich gesehen Was habe ich jetzt hier für die Knarre schon gedacht? Okay, ich bin immer ein bisschen weitergegangen Aber mein Dörfer ist wirklich Das ist wirklich Und hier, das ist einfach Das ist einfach Widerstand 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 Okay Okay Okay, es ist halt haben wir Aber wenn der Flieger rum Äh, hier, okay So, es gehen bleibt Jetzt treffe ich noch mal Okay Aber wieso habe ich das Ding jetzt schon wieder Ich glaube ich drücke immer irgendwelche Knöpfchen neuerdings Momentan Ja Eigentlich habe die irgendwie gleich ausgerüstet Ah, Schwachsinn Na gut Äh, dann lass uns gucken Also das eine kleine Ding Und jetzt haben wir noch Zwei, drei andere kleine Dinge Den haben wir Den haben wir So, ist das Ding hier noch drin da Ne, der ist nicht mehr drin Okay Dann fahren wir hier hin So, ich dachte wir liegen jetzt mal Ja Wart der Flug Hier geht's vielleicht nachher Ja, okay Okay Mh 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 So, fresh hier rein Und Da hin Mh 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 Oh Mh Mh Okay, jetzt müssen wir da sein Ja Mh Oh, okay Geh mal, geht mal vor Geh mal weg Oh Oh, hier ist das 2,7 Oh, wow. Okay, diese Crescent Bösewichte. So, was habt ihr hier gemacht für ein Schweinkram? Alle kaputt, ne? Unglaublich. Okay, so. Ja, relax. Ich hatte einen Einsatz. Look. So, jetzt haben wir noch ein, zwei hier, lass mal schauen. Das Ding. Die müssen wir auf die Baustelle warten. Guck mal, wir fahren auch mal hin und spielen. Ja. 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 Guck mal, jetzt können wir einigermaßen schnell laden. Wir sehen uns das nicht. Okay. Ja. 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 Das ist es. Alle unten, okay. Okay, raus. Wow, so ist hier die Chara. So, ich hätte jetzt mal gedacht, das ist es schon für die Ecke hier. Mal kurz gucken. Woran liegt es denn hier? Das haben wir weg. Wo ist denn die Grenze? Ah, da ist noch eins, okay. Das da, mindestens. Oh, sehr eng gekocht. Entschuldige, lass mich kurz gucken. So spät. Gleich wieder. Nein, nein, nein. Ja, mal los! Oh, hier schon drin, da können wir hier dann mal anhalten, oder? Wir haben einen Stau verursachen. Hier. Ja, 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 ja. Was ist das? Was ist das? Jawoll. Mann, ey. Wie neucheln die alle hier wieder nieder. Und, äh, ich komm nicht gleich raus. Also, wenn ich auf das Auto gehe. Double jump. Oh, nee. Äh, ich muss jetzt hier irgendwie... ...volle Möwe rumlaufen. Oder vielleicht hier das Auto, äh... ...rufen. Aber lass mal eben gucken, was denn noch so anliegt. Also, ich dachte, das wäre jetzt das letzte Ding hier für die... ...für die City hier. Hm. Ah, das Ding da. Oder? Das gehört hier garantiert noch mit rein. Kommst du raus? Äh, nö, das gehört schon zum anderen Stadtteil. Warte mal. Hm. Liegt so ein bisschen auf der Grenze, ne? Man weiß es nicht. So. Was haben wir hier noch? Eigentlich ist das doch hier alles schön ordentlich jetzt. Ich sehe jetzt nichts mehr. Das gehört hier nicht mehr rein, ne? Oder? Nö. Das Ding hier auch, nö. Hier, alles eigentlich alles in Ordnung. Wollen wir durchsurfen? Nö. Alles gut, oder? Okay, komm. Dann fahren wir mal eben hier rüber. Weil, ähm, wenn das schon alles nervt, dann kann es auch richtig nerven. Ob ich das markiere? Ich weiß nicht, aber da muss ich jetzt irgendwie mal ein Auto haben. Hm. Guck mal jetzt hier raus. Ist da drüben, oder? Sag mal könnte, bringen wir mal ein Auto. Wenn hier schon irgendwie die Fußgänger rumlaufen, dann kann ich auch irgendwie mein Auto abholen. Wie viel mit dem Moppet? Oh, wo wird jo? Hier ist definitely irgendwo. Nö. 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 so so, Santo Domingo ist dann aber irgendwie durch das Thema, wie wir sagen, ja, das hier ist ja jetzt schon fast die Innenstadt aber das ist die Innenstadt so, let's go so, hier zwei beiden Düsseldien so, wir wollten das Ding da mitnehmen und er hat hier ganz gut was dabei gehabt okay, so, oh, da liegt was, da hat einer sein Bein vergessen ich muss los, das ist echt schon ganz schön gut, aber zu spät sich darüber jetzt Gedanken zu machen, lass uns mal hier gucken, neben Mission ist ja in Ordnung können wir hinfahren, okay das ist gut, wir fahren doch schon weg 100 Meter oh no, ich wollte eigentlich auf die Strada nein, wir fahren jetzt mal hier das Waffenlein, die können wir hier auch mal reinschauen jetzt, ihr müsst auch mal ein bisschen kurz nach das Einbahnstraße gehen so, was haben wir denn hier, ja, das ist doch gut so, was ist hier los, oh Skippy neue Fingerabdrücke erkannt bitte was? erhöhe Lautstärke um 33% neue Fingerabdrücke erkannt was? was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage technische Spezifikationen A-J-K-E-F experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI Name Skippy okay Skippy? echt jetzt Lautstärke um 66% erhöht Name ich bin nicht taub verstanden normaler Gehörssinn Potenzielles Problem niedriger IQ Sparfrequenz um 33% reduziert Mein Name ist Skippy Willst du mich ver- Egal Skippy ist nice Gehörst du dem Typen in den Müllcontainer? Speicher wird abgerufen Kapazitäten zu 100% frei Alle Dateien wurden manuell gelöscht Mögliche Ursache Diebstahl Besitzer unbekannt Lösungsvorschläge Keine Ich hätte einen Ich nehm dich mit Voll süß Verarbeitervorschlag Keine Einwände erfunden Das ist gewissene Ne Kann ich dich umbenennen? Nö Ich glaube nicht Kann ich dich umtaufen? Nein Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer Lautstärke um 300% erhöht Bleiiiit Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich Die nötigen Rechte liegen nicht vor Alles klar Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden Das ist lange BAM BAM BEDAM Was? Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie um die Wartezeit angenehmer zu machen BAM BAM BEDAM BAM BAM BEDAM BAM Diagnose erfolgreich abgeschlossen Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt O Alpha Na gut, was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen Hauptfunktion Automatisches Zielen Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet Selbstständiges Schießen Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen Erster Modus Kätzchen liebender Pazifist Ausschließlich Beine werden anvisiert Zweiter Modus Eiskalter Killer Ausschließlich Köpfe werden anvisiert Oho Ja dann Eiskalter Killer Eiskalter Killer? Genau mein Ding Ändere Einstellungen BAM BAM BEDAM BAM BAM BEDAM BAM BEDAM BAM 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 Modus eingestellt Eiskalter Killer Viel Spaß beim Töten Zuu 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 Hey, ten cuidado Oh Oh Zuu husbands 啊 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020